Rathian-Panzerung, aaah, okay, da wird die Interessante. Rathian. Angriffs-Boost ist bei mir zu 5. Was brauch ich denn da jetzt? Jetzt brauch ich noch 3 Dings Rücken-Panzer brauch ich denn noch. Was hab ich denn da schönes? Spähkäfer. Brauch ich denn noch Stärke? Aufheizen. Fokus. Ohrenstöpsel wär'n halt geiler. Dass er nicht immer rumschreiten bleibt nicht. Ja, Gigante-Banz-Sachen vielleicht. So, ich will das verbrauchen. So, an mir noch die Scheiße gehören. Fällt mir noch Dings Knochen. Vor allem 3 Stück. Hm. Das zog sich nicht aus. So. Dekoration anbringen. Was haben wir da? Was war da los? Was mit Angriff? Prob ich nix noch. So, jetzt haben wir noch 60.000. Schau'n wir mal, was kann man machen. Ausrüstung, Schmieden, Rüstung. Mehr Gigante. So, jetzt fahr'n wir nur den rum. Machen wir mal den Hölf. Brauch'n wir den Hölf. Ah, das ist... Da durchhör'n der Angriffs-Banzer hat schwäche Vorteil. Und den Angriffs-Boost möchte ich nicht verlieren. Geh'n Kieft. Das ist sowieso kacke. Aber der kann nur auch drummau. Jetzt brauch'n wir den Rücken-Panzer. Ich brauch'n nur mehr Rücken-Panzer. Ich brauch'n nur mehr Rücken-Panzer. Den brauch'n wir aber auch an. Erfmal! 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 Erfstück! 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 Das ist heftig, gell. Ne, aber es ist lang. Mit's für'n Weg! Ich glaub'n einen Armour oder so. Ah, drei Stück brauche ich noch, glaub' ich. So. Wollen wir mal schauen. Ne, für'n Helm, den die hab'n wir brauchen. Ja, aber den... Weiß' ich nicht. Was kann der überhaupt? Der gibt ja auch einen Angriffs-Boost, der Helm. Ach so. Ja, scheiße. Ja, dann brauch' ich ihn einstecken noch. Ja, dann siehst du. Ja, dann schreib' ich's wieder aus, die Quest. Ah, scheiße. Ja? Ich muss einen auch ohne herstellen. Warte'n mal. Ah, Dings. Megatrank. Unbedingt. Wo ist er denn jetzt? Versteckt. Ja, jetzt sind ja viel Leute in der Sitzung da. Level 90 ist ja da. Ne. Der 100 da ist leider weg. Ja. Ja, 71, 56. 58. 58. 54. 50. Die sind da vor. Aber... Die Schwestern sind alle da. Die haben's nicht alle auf Quest. Der Skydler da und dieser Kriere id. I am from Austria, ist ja in der Gruppe, ne? Dann muss es an jeden da zählen. Aber vielleicht kommen die anderen ja aus der Quest zu. So. Hm. Aufbringen, wir werden mal schauen. Ey, 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 ey. So, nom, 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 nom. Ich bin mega drin gehauen, ne? Sieberne. Was war's? So, ich hab ja was geschmiedet, oder? Ja, komm mal aufs Restaurant schauen. Info. Okay. Gürtel hab ich jetzt. So. Bombardieren hab ich zwei Stufen. Essen hat eins. Luftherrschaft. Ohren. Naja. Gern wir ins Kisteleine greifen. Erste Hilfe-Packalation. Na. Opti. Und. Havo an. Hau. Häääää. Häääää. Hähää. Der ist scheiße. Jaaa. Wieso macht man überhaupt bei sowas mit, Alter, weißt du? Das ist ja grad wie mehr. Warum geh du aber rein? Der muss das ja nicht machen. Das wird ja wieder nix. Nein. Naja. Können wir ja gleich rauffangen, bringen wir sie hinter uns. So. Ja, ich finde das interessant, wenn man tot ist, ist das Unheil-Beryl. Immer. Ich weiß nicht, dass ich schon das vierte Mal hintereinander sah, dass ich tot hinkriege. Jetzt ist es ein Hotspot. Was bist du denn eigentlich gewesen da hinten? Unheil. Blablabla. Wo kommt er denn her? Wie ist ich? Er macht mich fertig. Das sind diese blauen Dinge. Blau. Achso, du meinst die Dings da jetzt? Okay. Die blauen, oben da. Blaserla. Jo, geh Uwe erst. Tarko. Geh du gleich raus. Tarko, hörst du mich? Ich bin die Troste. Irgendwann da, aber... Da. Ja, geht nicht, schau. Ist schon wurscht. Ich kann nicht warten, ne. Na, der macht das allein. Das ist der vierzehner, weißt du. Ja, das ist der Uwe. Der Käpt'n Caminer ist auch dabei. Hm. Nova Crystal habe ich gekriegt. Ist eh wurscht. Der Bauer habe ich gar nicht bemühen. Der hat schon sein Ding ausstrahlen müssen hinten. Ja. Jo, ich komme ja dann mal raus. Ja, ich hab schon die erste Watsche. Krieg nur noch mein Schwerter, Spock. Ja. Ich mach was in die gescheite Richtung. Nicht in die falsche. Ja, ich trifft ihn. Ich weiß gar nicht, wenn ich meinen Trank da verbrauchen soll. Ich bin. Ich bin jetzt der Fünfer. Ja. Also am Fünfer kriegst du einen Fan. Ja. Mehr als die hälfte Leben habe ich gehabt. Ja. Ich warte auf euch. Kommt sich an dann gleich. Der Akku schaut schon so schwach aus. Nur nicht zu sehen. Hm. Ja, der hält sich gleich gar nicht hoch. Nee. Der mag gleich gar nicht. Jawohl, jetzt. Das ist auch unk. Ja, ich komme nicht weg. Egal was ich mache, er kommt nicht weg. Jetzt ist es natürlich aus, das zum Heilen. Klar, wenn ich hinkomme. Nein. Drei Schritte bevor ich dort bin, ist es vorbei. So. Nein. Ist doch der Weg, oder? Ich weiss nicht. Ist er schon. Das soll wirklich gehen dran. Das war schon vorprogrammiert. Hahaha. Schei. Ja, ich würde mich mitten im Kampf einfach hinhocken. Hm. Ich sage auch, was ich ausländerte Sackat. Aber eigentlich kriege ich Forschungspunkte. Ich schreibe es gar nicht. Ah, Schnurrupp-Safaris zurück. Aber es ist schön, weil... Obwohl es fehlt. Ja. Es hört sich wie es weh. Das ist ja cooler. Da kommen die schnell zurück. Ich habe es ein paar Schuppen mitgebracht. Rückenpanzer. Ja. Ja, das ist das einzige was sie mitbringen, Alter. Weiß ich nicht, Alter. Hämorrhoid. Fester Knochen. Hochwertiger Knochen. Fester Knochen. Hm. Rückenpanzer war nicht von deinem Viech. Rachenknochen-Relikt, Alter. Hochwertiger Knochen. Brutaler Knochen. Fester Knochen. Das ist ja ein fester Knochen da. Sind das die Blues denn? Das sind die normalen Fensteres Tuch nehmen wir mit. Monsterbrühe. Ich drücke den Panzer. Die brauche ich sogar für irgendwas. Den Rest drauf. Das Viech ist gar nicht dabei bei mir. Ich weiß nicht. Ich nehme die rote C. Abenteuer vom Tee. Hier bitte. Geh jetzt halt da rein, mir wurscht. Schwein ist mir schon wurscht. Super. Einer der wenigen Hunde da sind verlassen. Das Papier ist da immer noch gelingen. Ja. Große Monster fangen gehen wir jetzt. Cool. Lieferung. Musst du morgen wieder Graz oder was? Nein, ich muss aber Dingshassi tun. Dann sollte man früh trainieren heute. Ja. Wenn ich das alles zusammenschaufe. Ich weiß nicht, ja. Ich will jetzt schon schauen, dass wir 8, wo sie drüben sind. Ich muss auch eine Zähne weg. Nein. Eine Stunde oder was reinhauen und dann... Das ist auch eins, gell. Mhm. Ich weiß nicht, wenn wir nachher eine Quest anstarten hätten wir das sollten. Ja, ein Nährgigant, oder? Nein. Nein. Ich weiß ja nichts, nicht? Ja, der da, der hat es ja lang. Oh, ich sehe schon was drin. So. Sehr schön. Na, geht das schon. Mhm. Die Schnarzen. Ja, ein Biedelzwei. Biedelzwei? Ein schnelles Pumperl, ja. Ein schnelles Pumperl, morgen gemütlich. Was haben wir geplant? Ah, Dings, ja. Das ist hell. Ein Biedel Gas geben, der Pasche. Reißen wir uns kein Hacks. Die holen wir schnell da. Das, wenn ich schon da bin. Fernsteinaplagerung. Also, ich schießt, da war die Dinger hoch. Jetzt habe ich erst gegessen. Ja, ich bin unter dir. Du bist nicht unter dir. Okay. Ja. Du holst mal Geier-Bernstein aus. Geier-Bernstein. Geier-Bernstein. Ja. Ja. Ich weiß was Gute zeigen. Entschuldigung. Geier-Bernstein. Ja. Geier-Bernstein. Geier-Bernstein. Ja. Geier-Bernstein. 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 Ja, ich weiss auch nicht. Ich muss den Standort farmen da immer. Ein bissel. Und den Knochen. Ja, gehen wir halt raus. Der Tal liegt, der war da. Der schaut auch komisch aus. Der hat auch Flügel schon mal. Hallo. Ja. Ja, schön bist du. Der Penis läuft. Hast du ein Knicklicht umbunden? Ja. Ah, okay. Ist da. Achso, ich hab das vorher schon rausgebracht. Was ist da? Wo ist der Muschra? Ist der Muschra der Kompasche? Ja, Alter, du musst es richten. Der Tal ist, ja, lieb, aber... Der hat gesagt, das ist ja kaputt, denn sein Gewand schon hat ja leider ein Lächeln. Ja, du mit deinem Zauberstab geh für dich. Ich hab jetzt alle... Ja. Ich würde mich ja gut heilen, aber ich weiß ja nicht. Ich schieß deine Käfer aus. Und ich komm von hin. Ich schmeiß mal mein Damage. Und der, und der schon irgendwas? Ja. Der legt da was hin, oder? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ropana. Ich hab schon die Watschen gekriegt. Die Öffnungs-Watschen. Da liegt ein Schuppen, oder irgendwas, was da klingt. Nein, Alter! Ich helb ja alles andere aus. Wenn wirklich... Material aufkommt. Material! Ja, schön! Das hab ich wohl. Jetzt dreht das ja so ein Schädel her da. Ich brauch da eine Heilung. Voll forschen, glaub ich mir das. Ah, was soll ich mir sagen? Ja? Ja, genau. Schön. Was will er? Was hat er da gesagt? Ja, ist schon. Irgendwas mit Holz oder Brot näher. Was hat er? Ja, ich kann nur... Ich weiß ja, den Dialekt zu verstehen. Ja. Der kommt sich aus Kern. Oder vor einer Adelbeere. Ja. Ja. Der ist ja nicht ganz wild, ja. Ich will nur weg. Ich steh da gut. Ich steh da gut. Ich hab da meine Heilflume da. Ich kann draufhauen. Das steht gut da. Ich steh neben drinnen. Ich hör mir nix mehr aus. Ich seh nix mehr. Ich steh ich auch nur, Alter. Es fühlt sich gut an, aber... Das ist ja nicht gut da, Alter. Ich hab so einen Fuss... Ich bin auch immer auf so einen Fuss, als gibt's ja nicht... Erdmühle hab ich geschmissen. Das ist ja früh breit. Ich bin nicht der Loop. Gehst du's? Ja. Aber... Mir hat der Quatsch da ordentlich. Die Rache ist geil von mir. Das fühlt sich echt gut an. Nicht so gut, ich weiß nicht. Und dran keine. Und jetzt noch mal. Aus Schwanzer. Jetzt brauche ich mein Trankerl. Daneben! Und du kannst dich schon rieren. Raue! Nein, lass mich nicht Trankerl. Eine Heilpotion. Ein Eiblach, wo wäre ich gehabt? Was ist denn da? Der Schieb mit der Weg. Ich weiß gar nicht, wo ich hingehaufe, Alter. Ich probiere nur, wo es dunkel ist und nichts mehr Sicht hat hingehauen. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt einmal drückt habe. Alter! Was ist denn da? Ist da was, oder was? Der schaut fast so aus, Alter. Die Rache der Sippe, Alter. Ja. Nein, du weißt schon wie die geile Stall, wo gepanzert ist, ne? Ach, da muss man recht, Alter. Das hört er ab. Geh, wetzen. Nein, nein, nein. Der Opa tut dir nicht. Aber ich hab wetzen können. Ich hab wetzen können. Das ist immer gut. Jetzt hört er ab. Ah. Wo ist der Fußspur und schaue da, ne? Legt mir am Bugel. Oh, schau schon wieder. Rache, du Schatz. Alter, ich muss da schnell raussprinden, sonst kommt er mit in die Ecken in die Schmalle, dann hat er mich. Nein. Ja, genau. Deswegen, Alter. Schon gewusst. Ja. Hat er dich? Nein. Passt. Die Drachen-Schanze. Ja. Ja. Lass bist du. Frau E. Nein. Nein, bitte nicht. Geh weg, weiter. Der Talik, Alter. Ich bin aber okay. Ja, ich bin ja so irgendwie voll mit demischt kritisch. Ich hab nichts. Geh weg. Ich schau mir das da unten an, noch mal. Ah, da ist es heiß unten. Ah, weißt du, das ist ja nicht so gut. Boah, ich hab mir raus, jetzt hab ich ein paar rennt am Körper. Aber wie hab ich mal Nährstoffe gehabt? Wiegt das was? So. Da hinten ist ein Booster. Nein. Ich kann nur ausweiten. Ah, da ist er. Hör auf, Alter. Ich hab die Waffe nur weggelegt deswegen. Ich guck ihn ausschießen, dass er mal eine Ruhe gibt. Das stört ihn, das mag er nicht so. Jetzt fahren wir da hinten. Da ist er wieder teleportet, der Hörer. Schau. Kommt er jetzt hergeflogen wieder? Da schaut es aus, wenn er zu mir kommt, oder? Nein. Nicht? Ja. Nicht? Nein. Schau. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber... Nein, jetzt ist die Heilung weggegangen da. Schau. Aber er ist schon irrtamisch, oder? Er hat schon die Toten gehabt neben. Schau gut aus. Ja. Das ist ein Dicke. Jetzt kommt ein Einlauf. Er taumelt schon. Es ist ein Hängerblick. Aber ein Wülpser, jetzt ist er gerade da durch. So, das sind Rage-Mothers. Ja, Alter, wohin, Alter? Ich bin ja weg! Ja, sicher, komm jetzt in meine Richtung, bitte! Hey, Alter, hör auf! Ganz ruhig! Warte mal! Warte, warte, ich komm zu dir! Ich hab nämlich ein Dingsbauer-Ding da! Ich habe, Alter, ein Meter! Oh, Heiner! Ein Wulker! Da kommt's schon wieder! Lass das! Alter, ich komm nicht weg! Scheiß dich! Ich komm nicht weg! Ich stehe da so ein Wulken, hauchgekalt, alles schön und ich bin fertig! Ich bring dir die Wulke! Scheiße! Das ist ja wirklich so voll! Alter, ist das! Ey, jetzt sag ich's! Ist geil, ne? Alter, es hat so gut ausgeschaut, irgendwie! Ey, wo bin ich jetzt wieder? Mei, ich bin wieder nicht zurückgegangen! Gildenkarte! Wer hat man schon wieder geschickt? Ja! Der Leere! Ein Grantiker! Ja! Die 68 kann ich nicht mehr alle haben, da! Wahnsinn! Der Empfänger! Ja! Die Empfängnis! War verschicken! Ich hab so sein Material gesammelt gehabt, du! Wenn das gegangen wär! Ja! Mein Gott, hätte das gut ausgeschaut für mich! Das gibt's nicht! Das ist nicht funktioniert! Wer ist denn jetzt überhaupt noch da? 90er, 72er, Alter! Da! 56, 40! Und da, jetzt schreib ich's noch einmal aus, ehrlich! Ne! Wenn die schon da sind! Ich nehme noch einen Baumbutl mit! Ja, den hab ich dabei! So! Wie ist denn der Hitzer? Ja! Ah, was hab ich dran? Das ist ja das falsche! Oh, ey! Technotron, Alter! Technotron? Was? Ja... Ich will ja keiner, was tun ich da jetzt in meiner Angst? Ehrlich! Nein, ich will ja keine Bekanntgäden beitreten! Untersuchungen... Kann ich das nicht mehr machen? Ne? Ich hab nicht mehr drinnen unter Untersuchungen, jetzt ist es weg! Kann ich jetzt ein, hä? Ist das voll geschlagen, oder was? Es ist weg! Wie hat denn das geheißen? Das schaust, dann schau ich noch! Alter, das wird's pflanzen, oder was? Negrant... 50 Minuten haben wir da Zeit der Tötung! Töte Negrante, bei mir da 30! Da hab ich 3 verschiedene! 50? 50 Minuten? Ja, oder? Da hab ich auch einen mit 50 Minuten, und wie oft kannst du sterben? Zweimal... Viermal kannst du da sterben! Einmal ohnmächtig... Ja, da nimmt das mit 4 Mal! Warte mal noch... Spiele... Nein, 2 Mal! Ich hab das da mit 3 Mal! Für 4 Spiele, für halbe Stunde! Ich hab markiert einmal welche! Ich hab das... Ich schreib das gleich aus! Da ist noch eine Negrant! Das ist mir auch mit 50! Neue Quest, bekannt man! Hä? Wieso hab ich nicht so oft jetzt drin? Da ist er noch mal drin! Ja, ich hab mich jetzt rausgeschrieben! Da können wir 3 Mal ohnmächtig dann! Das ist mit 15 Minuten, den wollen wir nicht haben! Ich hab 30 Minuten! Ja! Warte mal, ich muss mal schauen! Oh! 5 übrig! Ja, was denn? Die Anderen sind jetzt da gerne in der Quest! Ja! Da sind die schon! Wo ist er denn jetzt? Da ist nebengestanden! Da sind 5 übrig oder was? Kannst du das 5 Mal machen oder so? Ja, wahrscheinlich! So! Ja! Jetzt bin ich wieder da unten irgendwo, oder? Puh! Der Schiss ja geholt! So passt! Das ist kein Signal! Mhm! Fein! Mit Gutschein bezahlen! Boah! 54.000 hab ich noch mehr! Wurden da aufgeführt! Ich will jetzt mal 64... Ah, 60.000 glaub ich noch! Tja! Na kommt eine! Mh! Mh! Iron! 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 Iron ist 20! Da ist einer 60! Zumindest! Da gilt eine Karte! Einladungen! Empfangen! Empfangen! Ein Ölfer! Vielleicht wieder noch! Tai! Aaron! Iron! Oh, alter Bernstein! Okay! Dann hab ich noch eine Karte! Ich komm noch mal zum Lager! Hm! Hm! Alle jaußen rein! Jaußen! Schmausen! Sind die anderen schon unterwegs, oder? Ne, warte mal! Ich schau! Ja, ja! Hoffentlich morgen! Der Aaron ist schon unterwegs! Der steht schon vorne! Der haut schon einig! Und der Tai Chi ist auch schon drüben! Ja, dann muss es Zeit, dass ich komm! Na! Also, die werden auf uns gewollt, oder? Mh! Noch schon! Ja, da komm schon raus! Mit der anderen! Schauen wir halt einmal gemütlich hin! Mhm! Dann können wir Teile abschrauben! Mhm! Ach, ich kriegste alle Explosionen! Nicht bis 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 bis! Scheiße! Steine! Die haben bis jetzt noch nicht fokussiert, oder? Na! Die schauen vom Leben gut aus! Jetzt wird's jetzt keiner, wenn ich drüben bin! Weil ich bin da schlecht! Auch wenn ich den zur Datei krieg! Ja, aber der hat... Der vertraut das alle, Alter! Ne? Ich bin dann immer schon halber tot! So, der hat mich schon wieder hoch! Ach, wieder vor! Der hat mich gesichert! Da vorne sind sie schon! Ich werde ihn gerne anschauen! Ich verstecke mich da hinten und dann schieße ich mit Starnhahn! Das war er! Da habe ich schon getroffen! Oh, jetzt hat er mich entdeckt! Weg! 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 Ja, sicher, Alter! Ich weiß nicht! Er spricht um die Ecke! Nein! Das ist ja völlig normal! Das kann jeder! Boah, Alter! Wirklich! Oh, jeder! Zwei Schläge und ich bin schon halber tot! So, ein aggressiver Hunt jetzt! Ja! Cool, weg! Schau! Ich mach auch einen Move und dann bin ich schon wieder K.O. fast! Leider, was am Bauchfleck geht! Das ist der Nutzen! Ja, ich will ja nur ein bisschen kalt werden, Alter! Er steht ja! Wie die Schwuchte der ist, Alter! Boah! Alter, ich will die Watschen! Ja, ich will den Scheißflügel! Er hat mich schon wieder mit dem Scheißflügel! Was ist denn jetzt? Da, da! Oh, ey! Ich ging eindeutig zu langsam für den! Ich komm nicht weg, weil er das Schwert einstecken muss, weil er so ein Overpool ist! Ich ärgere das, was man für das eigene Vermögen ist, weil das Spül einfach nicht platzt! Was ist denn jetzt passiert? Der Teil ist draufgegangen! Weg! Er hat mich voll auf den Kicker, gell? Wo ist er? Wo ist er? Okay! Ja, Alter, ich will ja! Aber du schlägst ja, wenn ich schon auf Ausweichen gehe! Dass er einen Schlag nicht einfach aufbrechen kann! Ja! Weil dahinter trugst du, dass er nicht weggeht, ne? Ja! Ich trug es schon auf den Rollen, weißt du? Und das, gell? Er braucht nur dann Ausweichen! Dass die Ausweichrollen nicht Prioritäten hat, verstehe ich nicht? Ja, jetzt ist er mal, weil ich... Waschloch! Jetzt muss er das Ausweichen Priorität haben, Alter! Und nicht das Schlag erschlagen! Nein! Kann ja nicht wahr sein! Das musst du nämlich extra skillnest, schnelles Wegstecken oder so ein Scheiß, ne? Ja, sicher! Ja! Er braucht einfach die Waffen gar nicht wegstecken! Wir sind ja nicht vorbei! Der Kampf ist ja mittendrin! Und weil er meint, das schaut cool aus, steckt er die Waffen halt ein! Was hat das für einen Sinn? Das würde keiner machen, Alter! Wenn er nicht im Kampf ist! Jetzt! 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 Jetzt habe ich ihn! Das ist halt verdient! Ich habe das geschehen, wenn du nicht hier machst! Das ist einfach verdient! Ja, das ist doch für die Waffe! Hier! Ich habe die Waffe! Ich hab schon eine gepanzerte Stelle, wahrscheinlich auch. Was ist denn? Ich sehe nichts. Macht er was, meiner? Oh, er reitet es gar nicht. Das ist ja ein Ork. Die Flügel da kannst du nicht angreifen. Hey, hey, hey. Nein, Gott, bitte. Verlier doch einmal deinen Schwamm. Was willst du denn wieder? Ah, geht schon schwer. Ne, müssen wir schleifen. Ah, ich bin gedacht, ich kommt. Ja genau, Alter, ich bin gedacht, ja, geht davon. Oh, dann komm her da. Wir machen halt weiter da. Was ist denn jemand da? Hä? Ist er eigentlich geschlafen oder was? Ich hab deine Frau, Alter. Geht er jetzt echt nicht, Alter. Ich glaub, jetzt geht er liegen. Ne. Nein, Alter, er kommt schon wieder. Ich check's nicht, er geht immer weg oder er holt nicht mehr, wer zu wird. Ja, sicher. Auf mich ist immer gut. Für ein schwarzenes Furt. Ja, schwarzenes Furt. Jetzt dreht er durch mich, ne? Jetzt müssen wir aufpassen. Oh, weh. Ich hoffe, dass er hier hinten abschlagen oder so. Ich komm einfach nicht. Ich weiß nicht, dass er immer, wenn ich schlafe, dreht er sich auch unten. Das ist ja das scheinbar. Aber du kommst nicht durch, ne? Nein, weil... Ich hab immer das Glück, dass ich genau da... Schau, jetzt schreit er wieder. Und dann hebt er ab und dann ist Furt, ne? Ich hab immer das Glück. Ich zieh dich auf und schlau. Aber in dem Moment, halt, dass wir zwei Haaren hängen. Ich steh aber hinter ihm. Ich glaub, ich brauch einen Trank. Dann steck weg, die Scheiße. Ja, ich komm nicht. Ja, Alter. Ich schlau und er dreht sich. In dem Moment dreht er sich um. Das ist nicht normal. Ja, jetzt geht er liegen. Jetzt lass ihn mal liegen gehen, Alter. Na, so ein Schwanzerl holen. Hast du ein Schwanzerl schon? Ja, ja, ja. Ich schlau oft da. Und jetzt bauen wir die Fassbomben auf, ne? Ja, wenn die halt los sind, die anderen, ich weiß ja nicht. Was gut ist, wir können noch zweimal ohnmächtig werden. Na, der andere ist ja gestorben, der drei. Ja, dreimal dürfen wir, ne? Ja, zweimal, oder? Dreimal ist gestorben hinter mir. Zweimal war bei der unten. Da ist es dreimal. Ohnmächtig, drei, ja. Ohnächtig, ohnächtig. Ohnäugi. Ohnächtig, vier Alk-Pachtsmäer. Oder ach... Weil ich vielleicht hier nicht mit webinars halten werde. Ohnächtig. Wir werden uns trissen jetzt. Scheiße, ja. So kannst du nicht gehen. So geht's auch. Wir haben uns gespart jetzt. Das war ein guter Finish jetzt. Das war ja gut. Rückenpanzer, sehr gut. Kralle. Nachwuchsplatte. 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 Nur ein Rückenpanzer. Ich hoffe, wir bekommen einen Bonus. Ja, wahrscheinlich. Da waren irgendwie Spuren von ihm. Das habe ich ja zusammen geglaubt. Da werden die 2-3 Mal. Ich weiß aber nicht. Ja. Gott sei Dank. Ja. Christoph will endlich wieder mal. Gott sei Dank. 1-3 Mal. 1-3 Mal. 1-3 Mal. 1-3 Mal. Das war's. Ich brauche 11 Stück. Mein 2 Zähne. Lebensretter. Siehst du? Mein Einsatz. Kurz. Das glaube ich ja nicht. Wir haben ja vorher gestorben. Ich weiß es genau. Stimmt Scheiße. Kann man Kiste los einrammen. Aber er ist auf Stufe 3 jetzt. Und der Paulico ist Stufe 20. Ja. Meiner ist 22. Alter. Ich war schon wieder leidens. Schatzsammler. Ich müsste meinen Honig da anbauen. Richtig. Hä? Hä? Bisschen düngen. Beschleuniger. Beschleuniger draufhauen. Tja. Jetzt habe ich da in Stufe 3. Da lassen. 2 Mal. Erstellen. Hä? Hä? Ist alles online. Alter. Jetzt sind sie nur noch. Ganz wenige. Hm. Ja. Ich würde sagen. Machen wir. Eine Fliege. Noch mal. Was? Ja. Eine Fliege ist besser. Es schaut besser aus. Zumindest. Jetzt haben wir es noch mal geschafft. Ja. Bei der Abrundung. Ich schau mal. Bei der Schmiede. Hm. Was fällt mir nicht? Der lacht mich schon wieder aus. Ne. Ich kann gar nichts machen. Eher nicht. Was fällt mir nicht? Eine Schuppe. Eine Panzer. Ja. Drei Mal drei ist nein. Achso. Vier. Drei Mal bis zwölf. Zwölf und drei. Das heißt, ich brauche nur nein Mal. Ah. One fällt mir zweimal. Ah. One. One brauche ich nur one more. Vier. One. Das habe ich. Sechs. Nein Steckling brauche ich. Nein Mal brauche ich den Rückenpanzer. Zumal. Sechs. Eins. Fünfe brauche ich dann. Das ist ja rund erscheint. Drei habe ich. Nein sieben. Sechs brauche ich da. Und da brauche ich noch mehr einen. Da brauche ich dann noch eine. 15. Okay. Passt. Drachenblut. Okay. Das ist auch was anderes passt. Es ist ja furchtbar. Ja es ist. Oh. 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 Ich habe eine mega Session gemacht. Ja. Du. Gottes Wunders passt. Da habe ich für den ganzen Oktober die Folgen ganz schön. Ja. Ja du. Was habe ich heute sicherlich. Ich schätze so 25 Folgen sind es. Ne. Ja 18 habe ich schon draußen. Plus dein da jetzt noch. Ja. Ja. Ja ich habe. Wow. Ja. Ja. Fast. Gilt die Karte wenn du kriegt. Ja ja jetzt weißt du. Es passt eh. Ja. So ist das. Ja dann werde ich da jetzt einmal. Abbringen. Ein Ende machen. Und ja. Das nächste Mal. Ich werde vielleicht morgen einmal online gehen. Das schauen dass ich das Set fertig mache. Ja. Aber früh mehr werde ich nicht machen. Also früh was aufnehmen werde ich nicht. Klar ja. Nein. Samstag wahrscheinlich erst weder. Weil eben jetzt muss ich noch einen.